Grüß Gott, wie er mitgekriegt hat, hat sich mal wieder die Aufnahme verabschiedet und ich muss ganz unten rechts in die Ecke laufen. Da wo ich schon gewesen bin, ich bin nur einfach dran vorbeigelaufen. Also ich hatte hier schon alles wunderbar abgegrast, und geguckt schon überall. Aber in einem Feld bin ich nicht reingegangen. In einem Feld bin ich nicht reingegangen. Aber es hat, wie gesagt, nichts mit dem Gegner zu tun. Das hätte ich nochmal rekrutieren können. Es ist doch dieses Artefakt. Also ich habe das gesehen, aber ich bin halt hier nicht rein. Ich dachte erst... oder? Doch, es ist dieses Artefakt. Ich habe eigentlich ein anderes im Kopf. Okay, ähm, verfluchter Boden. Da darf ich nicht angreifen bei verfluchten Boden. Und es müsste schon gewesen sein. Jawohl. Schade um die Elf. Da. Okay, den hätte ich auch gar nicht gesehen. Aber das ist... Ja. Der Gegenstand, den wir haben wollten. Ich speichere wieder. Jawohl. Und beim nächsten Mal gucken wir uns die Grabräume an. Also ich denke, ich werde mit dem Speedtun schon starten. Aber das erst beim nächsten Part. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Und beim nächsten Mal.